Herzlich Willkommen liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Tirol, genauer gesagt bei St. Johann und wir machen die Griesbach-Klammen-Almenrunde. Die Strecke ist 10,3 Kilometer lang und laut Outdoor Active geht es 650 Höhenmeter hoch und 505 Höhenmeter runter. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier ist, dann bleibt dran. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind zwar noch nicht bei der Hälfte, aber wir sind jetzt so begeistert von der Griesbachklamm, die wir jetzt erstmal verlassen, dass wir gesagt haben, wir ziehen das Zwischenfazit ein bisschen vor. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, wie hier das Wasser sich durchschlängelt. Und es gab auch mehrere Wasserfälle. Also wir sind sehr begeistert. Und positiv überrascht. Auch ein großes Lob an die Wegeersteller. Es gab hier ganz viele tolle Brücken oder auch Holzstege, die gut gepflegt waren. Also der Weg ist wirklich in einem Top-Zustand. Darüber hinaus noch das tosende Wasser, die wunderbaren Felsen. Also wir sind richtig ins Schwärmen geraten. Das war vielleicht die schönste Klamm, die wir bis jetzt gewandert sind. Untertitelung. BR 2018 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 Wir befinden uns kurz vor dem Ziel des heutigen Weges und kommen daher zum Fazit. Was die Charakteristik des Weges betrifft, so kann man die Strecke in verschiedene Abschnitte unterteilen. Zunächst geht es durch die wunderschöne Griesbach ein, bevor es dann auf den anstrengenden Jägersteig geht. Und zum Schluss geht es dann über Almwege wieder zurück hinunter ins Tal. Da am Wochenende doch recht viele Menschen unterwegs sind, würden wir empfehlen, den Weg eher unter der Woche zu gehen. Ein weiterer Tipp wäre, dass man unterwegs auch noch einkehren kann. Einmal an der Angelalm oder an der Huberalm. Das ist wirklich an beiden Stellen sehr schön. Und ein weiterer Tipp wäre, dass man auf jeden Fall auch gutes Schuhwerk nehmen sollte. Da gibt es so Wurzelpfade, wo es dann teilweise doch ein bisschen rutschig ist. Zu den Kritikpunkten lässt sich sagen, dass uns vielleicht die zweite Hälfte nicht ganz so gut gefallen hat wie die erste Hälfte. Wir würden vielleicht der Klamm als solches 10 von 10 Punkten geben. Da fällt natürlich die zweite Hälfte etwas ab. Und dann kommt vielleicht noch dazu, gerade weil wir die jetzt an einem Sonntag gegangen sind, hier diese Runde, dass wirklich sehr viel los war. Das hat uns auch nicht so gut gefallen. Ja, sehr gut gefallen hat uns natürlich die Klamm selber. Also hier die Wasserfälle und die Bachläufe, die waren wirklich total toll und ein richtiges Highlight für uns. Dann gab es zwischendrin auch noch wirklich sehr schöne Ausblicke. Und die Wegführung hat uns last but not least auch sehr gut gefallen. Unter dem Strich erhält die Tour daher von uns 9 von 10 Punkten. Und wie immer nicht vergessen, Abo leiten, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017